Zwei Zucke an alle. Hier melden sich Bömmel, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen! Hallo Bömmel, wie geht's? Psst, seid leise. Mein Vater hat gerade Funkkontakt mit seinem Freund. Wollen wir mal reinhören? Ja. QNT Köln, gestern 1700. Feldwebel dabei. Zwei Fotografen unterwegs. Einmal Glatteis und ein Wagen voller Go-Go-Girls. Stanken wie die Pest, Roger. Verstanden, Ende. Was denn alles in der Welt war denn das? Das hab ich nicht verstanden. Übersetzt mal, Bömmel. Vaters Freund ist gestern um 17 Uhr in Köln mit seiner Frau abgefahren. Unterwegs ist er zweimal der Polizei begegnet und selbst einmal in eine Radarkontrolle geraten. Die hat er mit Glatteis bezeichnet. Und die Go-Go-Girls, die so stanken? Das sind Schweine in einem Transporter. Gibt es noch mehr von diesen komischen Bezeichnungen, Herr Jeitz? Und ob? Also zum Beispiel ein Käseomelett ist ein Kuhflaggen. Ein Kuhflaggen. Und eine Büroklammer, eine Sekretärin. Und eine Bunzenschleuder, ne? Ein Kaddi-Jaggen. Kaddi-Jaggen. Das ist gut. Wir Funkfüchse wissen noch immer nicht genug über den CB-Funk. Zum Beispiel die Unterbrechung. Wenn jemand gerade spricht und man muss etwas Wichtiges mitteilen. Dann rufen wir Break. Damit kann man sich nur einschalten, wenn beide sprechenden Stationen die Mikrofontaste freigegeben haben. Also wenn das Band frei ist. Wenn einer Break ruft, während einer der Funker noch spricht, wird er nicht gehört? Ja, das stimmt. Aber falls man als korrekter Funker den Break-Ruf hört, gibt man so schnell wie möglich dem wartenden Partner die Möglichkeit, ins Gespräch einzusteigen. Ihr seht, wir müssen mit unseren Handsprechgeräten noch viel üben, bis wir wirklich gut sind. Ja, allerdings. Fromme Flöhe funkenfähigen Füchsen freilich flach, feucht und fahrig. Ach, warte, die sind schon bessere Sätze mit Elf über uns eingefallen. Flegel. Furchtbar. Flexibel. Fesselnd. Bömmel, du müsstest eigentlich zum Friseur. Deine rote Lockenpracht ist nun zu überwältigend geworden. Sieh dir bitte mal Michaels ordentlichen Scheidel an, he? Oder Bonus praktische Igelfrisur. Kannst du es ja auch mal mit dem Pferdeschwanz versuchen, Bömmel. Das wäre doch mal was. Gehabt euch wohl, mein Vater wird heute Abend noch eine Tour zu einer defekten Tankstelleanlage machen müssen. Derweil bewache ich Telefon- und Funkanlage. Tschüss. Ciao. Claudia, der lange Bohne und Michael, der fast alles weiß und der der Anführer der vier Funkfüchse ist, gehen die paar Schritte zu ihren Elternhäusern. Die liegen ebenso wie das Haus von Herrn Jeitz und Bömmel in der Papageiensiedlung. Als Claudia mit Bohne auf die Terrasse der Familie Becker tritt, da vermisst sie ihren Siam-Kater Schnurrel. Claudia hat das Tier als Baby in verwahrlostem Zustand geschenkt bekommen und seitdem sind die beiden unzertrennliche Freunde. Hey Bruderherz, hast du meinen Kater gesehen? Der ist doch sonst immer um diese Zeit hier, um sich sein Fressen zu holen. Tja, der wird mit einer schönen Katzendame unterwegs sein. Nun reg dich bloß nicht gleich auf. Ach Vater, wenn Schnurrel bloß nichts passiert ist, wenn ich daran denke, wie schrecklich es war, als Müllers Kater das Rattengift gefressen hat. Ach du spinnst ja. Weißt du, Schnurrel nimmt noch nicht einmal von mir was zu fressen. Der wird schon wieder kommen. Die Katzendiebe, von denen neulich in der Zeitung die Rede war, werden ja wohl nicht bis zur Papageiensiedlung herauskommen. Bei uns gibt es doch eine Menge Katzen. Aber auch viele Hunde, die sofort laut geben, wer sich ein Fremder nähert. Oh, ich weiß nicht. Ich hab so ein ungutes Gefühl. Diese Zeitungsmeldungen und die Tiere sollen zu versuchen an verschiedene Institute verkauft worden sein. Nun wein doch nicht, Mädchen. Ihr könnt ja gleich durch die Siedlung gehen und nach Schnurrel rufen. Ist doch recht gehorsam. Ja, großer Häuptling. Übrigens hatte ich heute ein Gespräch mit eurem Mathelehrer. Herr Dr. Bock hat euch im Verdacht, bei der letzten Mathearbeit ganz schön geschummelt zu haben. Er murmelte etwas von Funkverbindungen zwischen Michael, der so gut in Mathe ist, und Claudia und Bömmel, die in diesem Fach hier nicht gerade Bedeutendes leisten. Nur in dieser Arbeit seien sie erstklassig gewesen. Wir haben eben mit Michael gut geübt. Na gut, Claudia. Lass uns nach Schnurrel suchen. Ja, okay. Hier kann Schnurrel nicht durch. Da ist der feste Kaninchen-Draht. Eigentlich springt er dort hinten über die Mauer, wenn er spazieren gehen will. Was ist das? Ein langer Stock mit Lederschlinge. Ohne Schnurrel ist bestimmt... Ach, naja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht wie ein Fanggerät für Katzen und Hunde aus. Sag mal, klebt hier am Lederriemen nicht Blut? Naja, das kann ja vom Fänger sein. Und Schnurrel muss es auch nicht gewesen sein. Bei den vielen Katzen hier. Oh, Bohne, was sollen wir bloß tun? Weißt du, Bömmel müsste her. Der ist der beste Spurenleser, den ich kenne. Ruf ihn an, es ist noch nicht zu spät. Ja, ich ruf ihn ganz schnell an. Hallo, komm schon. Hier, Jochen Jeitz, guten Abend. Hallo, Bömmel, hier spricht Claudia. Hey, Scherz, was verschafft mir die Ehre deines Anrufs? Oh, Bömmel, du musst sofort herkommen. Es ist schrecklich ernst. Schnurrel ist verschwunden. Und wir haben im Garten so eine Art von Fanggerät gefunden. Oh, Bohne meint, es sind Blutspuren daran zu sehen. Kannst du nicht mal versuchen, Spuren im Garten oder so zu finden? Bin gleich da, kleiner Delfin. Bömmel spricht seine Klassenkameradin mit ihrem Spitznamen an. Claudia liebt nicht nur Delfine, sie schwimmt auch wie ein Delfin allen anderen davon. Während Bömmel unterwegs ist, leiht sich Claudia Vaters große Handlampe aus. Denn inzwischen hat es zu dämmern begonnen. Freund Bömmel, im Funkverkehr Fuchs 1 genannt, folgt den Kindern seine Schuldirektors Becker in den Garten. Oh, du wirst die Kerle finden. Versprichst du mir das, Bömmel? Wenn der Kerl eine Spur hinterlassen hat, werde ich sie finden. Hier haben wir das Ding gefunden, dieses, ähm, na, Fanggerät. Na, siehst du was? Na, hier, seht euch das an. Das sind eine Masseabdrücke von den Schnurrelspfoten. Gut, dass es heute Mittag geregnet hat. Er kam vom Komposthaufen und ist hier stehen geblieben. Der Kater muss noch den Fänger geschlagen haben. Dabei ist die Wolle hier hängen geblieben. Etwas Blut klebt auch dran. Äh, äh, und wo war der Fänger? Bestimmt nicht auf dieser Seite des Zauns. Hier sind keine Spuren. Halt die Lampe mal höher. Ja, hier. Hier hat er gestanden. Direkt vorm Zaun. Und hier sind noch mehr Abdrücke. Wie von einem Mädchenschuh. Man hat Schnurrel in einen Sack gesteckt. Und hat sich kräftig gewehrt. Sonst wäre hier der Boden nicht so zertrampelt. Auch ein paar Zweige sind abgebrochen. Und auf dem Asphaltweg enden die Spuren natürlich. Es tut mir so leid. Aber es muss ja nicht Schnurrel gewesen sein. Haben eure Nachbarn nicht auch eine Katze? Mhm. Klar, ich werde gleich mal nachfragen. Tschö, Zimmermann. Ah, ja, da. So. Guten Tag, Herr Zimmermann. Hier ist Bohne. Unser Schnurrel ist verschwunden. Und es sieht so aus, als sei jemand durch ihren Garten bis zum Zaun gekommen und hätte den Kater entführt. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen mit einem Sack im Garten beobachtet und verjagt. Das gibt es ja wohl nicht. Wissen Sie denn, wie die beiden aussahen? Ja. Das Mädchen hatte einen roten Nicky an, trug einen Sack, bunte Mokassins und Jeans mit Herzchenflicken auf den Karten. Der Junge trug ein buntes Buschhemd, Jeans und eine komische Sonnenbeule. Er hatte ein Oberlippenbärtchen, gewelltes Haar und trug dicke Gartenharten. Ja, und die Haarfarbe des Mädchens? So mittelbraun. Wenn das keine Beschreibung ist. Ja, das kommt von meinem jahrelangen Schalterdienst bei der Bahn. Da lernt man es, die Menschen gründlich zu betrachten. Tut mir leid, das mit dem Schnurrel. Ja, ist Ihr Mule denn bei Ihnen? Ja, die sitzt hier und putzt sich. Noch ist auch bei Euch nichts verloren. Ich habe einen ähnlichen Fall von einem Kollegen gehört. Ja? Der hat vor einigen Monaten zwei Katzen verloren. Er hat sofort eine Annonce aufgesetzt und eine hohe Belohnung für den ehrlichen Finder versprochen. Das ist eine Idee. Nach zwei Tagen hatte er die Tiere wieder. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Das werden wir bestimmt auch sofort machen. Ihr braucht Euch nicht aufzuregen. Diese professionellen Katzendiebe verkaufen ihre Beute erst, wenn sich der Transport lohnt. Das heißt, wenn sie genügend Tiere beisammen haben. Alles Gute und viel Erfolg. Danke, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Auf Wiedersehen. Claudia ist ganz verzweifelt. Dicke Tränen kullern über ihr Gesicht. Aber Bohnen kann sie trösten. Schnell berichtet er von seinem Telefongespräch. Jetzt werden diese Katzenliebe gestellt. Aha. Da kommt ein neuer Aufklärungsfall auf die armen Eltern der vier Funkfüchse zu. Kinder, was werdet ihr nun wieder Schreckliches anstellen? Aber Herr Direktor, es ist doch immer alles wunderbar gelaufen. Na, ich danke, Jochen Jals. Wenn ich allein daran denke, wie viel Kloppe du so eingesteckt hast bei euren verschiedenen Aufklärungsfeldzügen. Also das stimmt jetzt wirklich nicht. Ja, hört mal zu. Während ihr hier streitet, habe ich einen Anzeigentext entworfen. Also, Sie am Kater entlaufen. 300 Mark Belohnung. Am 19. September ist mein auf den Namen Schnurrlhörenda Sie am Kater entlaufen. Wiederbringer erhält obige Belohnung. Diskretion zugesichert. Claudia Becker, Bringsitzer Weg 2. Du, darauf fallen sie ja rein. 300 Mark ist schließlich ne Menge Geld. Das sind meine ganzen Ersparnisse. Weißt du auch, was so eine Anzeige kostet? Sicher 40 Mark. Oh, das habe ich nicht mehr. Na, ich leise. Nein, nein, ich. Also Kinder, ihr schmeißt mit dem Geld rum, als würde es morgen aus der Mode kommen. Ja, möchtest du denn nicht, dass wir Schnurrl wieder bekommen? Natürlich will ich das. Und damit du siehst, dass es mir damit ernst ist. Hier. Sind 40 Mark. Oh, wie großzügig. Ah, danke, großer Häuptling. Das war der fettigste Kuss meines Lebens. Die Kinder sprechen noch ihren Anzeigentext auf den Anrufbeantworter der Zeitung und vergessen nicht, die Telefonnummer von Beckers anzugeben. Dann gehen alle zu Bett. Als am nächsten Morgen Michael von den Vorkommnissen hört, entwickelt er einen seiner unschlagbaren Pläne. Nachmittags finden sich Michael und Claudia in der Lokalredaktion der Zeitung ein. Später treffen sie sich dann mit Bömmel und Bohne. Na, hallo Bömmel und Bohne. Na, wie geht's? Schon auf uns gewartet? Die Lokalredakteurin war furchtbar nett zu uns. Ja, erzähl mal. Es gibt schon eine Akte über die bisher gemeldeten Katzen-Diebstähle. Einmal hat man die Täter sogar verfolgt. Es handelte sich um ein Mädchen von etwa 16 und einen Burschen von ungefähr 20 Jahren. Das ist genau, wie Herr Zimmermann das gesagt hat. Frau Bese, so heißt die Journalistin, wusste auch eine Menge über diese Händler und die Institute, die Versuchstiere aufkaufen. Also sie meint, denen wäre es ganz egal, woher die Tiere kommen. Und sicher wüssten die, dass die meisten Tiere gestohlen sind. Ja, und sie denkt, dass die Händler kleine Gruppen von Katzen die in meiner Hand haben. Die werden dann in größeren Mengen abtransportiert und verkauft. Dann müssten die Händler doch irgendwelche Lager haben, wo die Tiere vor dem Verkauf gesammelt werden. Also Michael hat auf dem Stadtplan die Stellen eingezeichnet, von denen aus die Katzen verschwunden sind. Ja, genau. Und so habe ich zusammen mit Frau Bese herausgefunden, dass die meisten Diebstähle um den alten Steinbruch heran ausgeführt worden sind. Der alte Steinbruch. Richtig. Frau Bese hat uns aber auch gewarnt. Erstens davor, dass dort bereits zweimal Kinder beim Herumklettern abgestürzt sind. Ja, und zweitens ist der Steinbruch gesperrt. Und sie sagte auch, wir sollten erst die Reaktion auf unsere Anzeige abwarten, damit die Täter auf keinen Fall gewarnt werden. Na, dann werden wir auch bald wieder in die Zeitung kommen. Wenn wir unsere Geschichte erfolgreich abgeschlossen haben. Wieso nicht? Aber wenn wir bloß schon so weit wären. Mein lieber armer Schnurri. Nicht jammern, sondern handeln. Wir fahren zum Steinbruch und schauen uns da mal gründlich um. Genau. Es ist eine ziemlich lange Fahrt dorthin und die vier Funkfüchse legen sich erschöpft in das hohe Gras am Rand des Steinbruchs. Das Gelände hier fällt gefährlich steil ab. Alles scheint still zu sein. Ich glaube, da unten gibt es keine Menschenseele. Denkst du? Dort hinten am Zaun ist eine große schwarze Hohnenseele samt Mann. Der scheint den Zaun zu reparieren. Ja, aber die Gelegenheit ist günstig. Passt auf. Ich renne nach unten und sehe nach, ob dort etwas ist. Aber wenn Mann und Hund zurückkommen, müsst ihr mich warnen und versuchen, beide aufzuhalten. Okay, machen wir. Wir wollten doch nicht. Wenn die was merken, lassen sie schnurren niemals frei. 300 Mark sind ein gewichtiges Argument. Außerdem weiß niemand, dass wir zu Schnurre gehören. Hoffentlich geht das gut. Dort hinten kommt aber bequem den Abhang runter. Dann ist er gleich bei der Baracke. Da ist er ja schon. Ich wundere mich immer wieder über Bonus-Tempo. Mensch, jetzt schmeißt er Steinchen und das Fenster der Baracke. Da ist wirklich niemand drin. Hey, wo kommt denn der dicke Kerbliste hier? Jetzt geht's Bono an den Kragen. Der ist ja viel größer als er. Denk an Bono's Judo-Künste. Siehst du? Schon hat ihn runtergekriegt. Mein Glück. Das ist das Signal für den Mann mit dem Hund. Hoffentlich ist er nicht scharf und erwischt Bono. Los, wir müssen ihn ablenken. Ja. Ja, los. Ah, das bringt Spaß. Los, hey. Ich muss mich nicht mehr ran. Pass auf. Ja, das ist gut. Es ist geschafft. Sie laufen auf uns zu. Jetzt kann Bono sich verdrücken. Und für uns wird es auch Zeit, dass wir uns verkrümeln. Ja, los, allerdings. Nun hebt eine wilde Jagd an. Während Bono sich in Sicherheit bringt, indem er den steilen Abhang hinaufkriecht und sich im Gebüsch versteckt, laufen die drei übrigen Funkfüchse zum Zaun, über den sie vorhin geklettert sind. Bömmel und Michael sind schnell auf der anderen Seite. Aber Claudia stürzt und sieht beim Aufstehen, dass der Hund sich ihr gefährlich genähert hat. Hinter ihm herhetzt ein alter, dünner Mann, der mit dem Tempo des Hundes kaum Schritt halten kann. Jetzt hat der Hund sich losgerissen. Claudia merkt, dass sie nicht mehr entkommen kann. Sie bleibt plötzlich stehen und dreht sich um. Hey Schwarzer, was ist denn das, liebe Hundchen? Du bist aber ein schöner Kerl. Und hier habe ich was Schönes für dich. Kann ist sogar braun und knackig. Siehst du? So, ja, so ist fein. Ja, braver Hund. Hey, Harro, wo bist du? Hast mich umgeschmissen, du Viech, du. Harro, gutes Tier. Komm, lass dich kraulen. Ja, so. Feiner Hund. Haben sie sich wehgetan? Die hätte ich umbringen können, Menschenskind. Er ist verdammt scharf. Ja, das habe ich gemerkt. Und meine beiden Freunde sind auch gleich ausgekniffen. Ihr wolltet nur die Tiere stehlen. Jerry hat es mir gesagt. Alle, die hierher kommen, wollen die Tiere stehlen. Das dürfen Sie von uns nicht denken, Herr... Ich bin Opa Steinke, der Wächter. Wir würden niemals Tiere stehlen, Opa Steinke. Ich werde einmal Tierpflegerin oder Tierärztin. Auch Harro hat gleich erkannt, dass ich eine Tierfreundin bin. Wir wollten übrigens nach seltenen Kräutern für die Biologiestunde suchen. Dort unten ist er. Macht bloß, dass ihr wegkommt. Wenn Jerry euch erwischt, macht er euch restlos zur Minna. Ja, Opa Steinke. Wiedersehen. Danke. Hallo. Oh, hallo, da seid ihr, ihr drei. Alles in Ordnung. Wir verschwinden besser, ehe uns Jerry oder Harro eingeholt haben. Du kennst wohl bereits alle Lebewesen hier, was? Ja, Harro den Schäferhund, Opa Steinke den Wächter und Jerry, der zu Opa Steinke gesagt hat, dass alle Menschen Diebe sind, die die Tiere stehlen wollen. Hm? Was für Tiere? Wenn ich das bloß wüsste. Ich hatte nicht so viel Zeit, das aus Opa Steinke herauszufragen. Die Funkfüchse radeln zurück in die Papageiensiedlung. Am nächsten Tag wird Claudia aufgefordert, in der Schulpause ins Direktorenzimmer zu kommen. Das verheißt nichts Gutes. Was ist, Vater? Mutter lässt dir etwas ausrichten. Schnurrel? Eine Frau hat angerufen. In einer Stunde wird sie deine Katze bringen. Oh, Vater, mein geliebter Schnurrel. Aber da bin ich doch noch in der Schule und kann mich gar nicht selbst bedanken. Das ist deine Sache. Und nun raus hier. Ich hab zu tun. Na? Wie was? Hey, habt ihr mich verfolgt? Er ist wieder da, mein Kater. Er wird in einer Stunde gebracht. Mein Schnurrel. Ich werd versuchen, eine Stunde frei zu bekommen. Dann kann ich sehen, zu wem die Frauenstimme gehört, die bei meiner Mutter angerufen hat, um den Katzenfund zu melden. Und keiner kann die Spur der Frau verfolgen. Nun, merkte nicht, dass ich unter entsetzlichen Magenbeschwerden leide. Oh, das war sicher der Fisch gestern. Oh, ist mir übel. Das glaubt mir bestimmt jeder. Ach gut. Ich weiterleide, um mir Studienrat clever deutlich zu machen, dass sie mich nach Haus schickt, muss Folgendes geklärt werden. Claudia empfängt die weibliche Person, die ihr Schnurre bringt. Ja. Wenn die Finderin das Bäckerschauhaus verlässt, werde ich ihr folgen. Claudia erbittet von ihrem Deutschlehrer eine Freistunde, um ihren Kater in Empfang zu nehmen und dem ehrlichen Finder persönlich danken zu können. Michael hat mit seiner Vorstellung eines fischvergifteten Schülers der 9. Klasse großen Erfolg und wird ebenfalls nach Hause entlassen. Zu Haus wartet Claudia auf die Frau mit Schnurrel, während Michael sich auf der Straße zu schaffen macht. Guten Tag. Der Korb scheint sehr schwer zu sein. Darf ich Ihnen helfen? Ach, das wäre aber nett, junger Mann. Ach, das mache ich doch gern. Ich, äh, ich kenne mich hier nicht aus. Können Sie mir sagen, wie ich zum Bringsitzerweg komme? Sicher, meine Dame. Wir brauchen nur hier abzubiegen und dann... Haben Sie eine Katze im Korb? Eine sehr schöne Katze, ja. Ein Siam-Kater ist es. Sehr lieb. Oh, darf ich mal sehen? Nein, 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 nein. Lieber nicht. Das Tier könnte entwischen. Es gehört mir nicht. Ich muss zu Frau Becker. Wissen Sie vielleicht, wo sie wohnt? Ich... Ich habe die Hausnummer vergessen. Das ist doch... Du meine Güte. Hier sind wir. Ach, einen Moment. So. Das ist für Sie. Vielen Dank, junger Mann. Hier. Hier, kaufen Sie sich ein Eis. Vielen Dank. Ich muss nicht beeilen. Ja, bitte? Ich bin Frau Rüttel. Ich habe mit Ihrer Mutter wegen der Zeitungsannonce gesprochen. Ja, haben Sie Schnurrel denn nicht mitgebracht? Doch, gewiss. Schauen Sie doch einmal in den Korb dort unten. Ja, Moment. Hallo. Ja, wie geht's denn? Ja, hallo, Mann. Ach, entschuldigen Sie. Wollen Sie nicht hereinkommen, bitte? Nehmen Sie doch bitte Platz. Wo haben Sie Schnurrel eigentlich gefunden? Ja, das war so. Als meine Enkelin Kathrin heute Morgen hier zum Frühstück kam, da hörte sie in meinem Geredeschuppen das Gemaunze einer Katze. Wir fanden in einem alten Sack den Kater hier. Ich wollte ihn ins Tierasyl bringen, aber Kathrin schlug vor, erst einmal in der Zeitung nachzusehen, ob jemand vielleicht das Katertier vermisst. Ja, auf diese Weise bin ich gleich auf Ihre Adresse gestoßen. Ich habe dann gleich hier angerufen. Kathrin meinte mir, stünde die Belohnung zu. Ach ja, entschuldigen Sie bitte. Ich komme sofort. Hier, bitte schön. 50, 100, 150, 170, 190, 240, 260, 280, 300 Mark. So, bitte. Wissen Sie, kleines Fräulein, wenn ich nicht mit Kathrin ausgemacht hätte, dass wir die Belohnung teilen, dann könnten Sie das Geld behalten. So aber muss ich um 150 Mark bitten für Kathrin. Nein, Frau Rüttel, so war es abgemacht. Wo wohnt denn Ihre Enkelin? Ich möchte mich auch bei ihr gern bedanken. Schließlich hat sie Schnurrel zuerst gehört. Wer weiß, wie lange er sonst dort geschmachtet hätte. Das stimmt. Ich gehe selten in den Schuppen. Nur wenn der Rasen geschnitten werden muss, gehen Kathrin und Jerry hinein, um den Mäher zu holen. Jerry? Ja, so heißt der Freund meiner Enkelin. Sie wohnt übrigens im Hochhaus im Norden, das alle den langen Lulatsch nennen. Siebter Stock. Ich werde es schon finden. Vielen Dank. Ja, ich muss jetzt gehen und wenn Sie darauf bestehen, dann nehme ich das Geld. Ich danke sehr. Kommen Sie, ich bringe Sie hinaus. Ich zeige Ihnen den Weg zum Bus. Hier geht's los. So, jetzt davon. Was ist? Warum hast du abgewinkt, als ich der alten Dame hinterher gehen wollte? Nein. Sie berichtet Michael von dem Gespräch mit der reizenden alten Dame. Michael ist zufrieden, dass Claudia Kathrins Adresse hat. Stutzig macht die Freundin nur der Name Jerry. Jerry? Von dem sagte doch Opa Steinke, er würde uns zur Schnecke machen, weil wir nicht vom Steinbruch verschwenden. Jetzt siehst du aus wie eine Katze, die gerade einen Sahnetopf ausgeschlägt hat. Wir können ja auch sehr zufrieden sein. Ich frisse einen Biesen quer, wenn wir nicht ins Vorde gegriffen haben. Tja, jetzt ist es für die Schule leider zu spät. Lass uns zur Bushaltestelle gehen und Bömmel und Bohnen abholen. Okay. Die werden bestimmt wissen wollen, wie die Sache abgelaufen ist. Und wie ich dich kenne, hast du in ein paar Minuten einen fertigen Plan im Kopf und sagst uns, wie es weitergehen soll. Ah, so geht's ja. Und wie ich dich kenne, hast du in ein paar Minuten einen fertigen Plan im Kopf und sagst uns, wie es weitergehen soll. Also, ich hab's kapiert. Und bei meinem Besuch bei Katrin achte ich darauf, ob die Beschreibung von Nachbar Zimmermann auf das Mädchen zutrifft. Genau. Später muss ich versuchen, Jerry aus dem Steinbruch vorzulocken, damit Michael und Bohnen sich umsehen können. Okay? Ich bewache dich, Claudia. Die haben wir für bereit, um eventuell Michael und Bohnen zur Hilfe zu rufen. Ja. Wie gut, dass die Wohnung von Katrin und der Steinbruch dicht zusammenliegen. Claudia und Bömmel bleiben also hier beim langen Lulatsch. Wir beide fahren weiter bis zum Steinbruch. Dort treffen wir uns, wenn Claudias Mission bei Katrin beendet ist. Und vergesst nicht, die Handgurken in Bereitschaft zu haben. Wir werden jedenfalls zunächst auf Empfang bleiben. Bis später. Keine Sorge, Bohnen und Michael. Ich passe auf unseren Delfin schon auf. Alles klar. Meldet euch, sobald ihr im Steinbruch angekommen seid. Ich tue jetzt die Handelssuche, Katrin Rütte. Mhm. Mhm. Ein siebter Stock hat Katrins Großmutter gesagt. Mhm. 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 Katrin Rüttel, hier. Ja? Fräulein Rüttel? Ja? Ich bin Claudia Becker. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen Schnurrl wiedergefunden haben. Ihre Großmutter gab mir Ihre Adresse. Kommen Sie rein. Danke. Sie haben es aber schön hier. Und die Aussicht. Ganz schön, ja. Und vor allem teuer. Also noch einmal vielen Dank, dass Sie Schnurrl gefunden haben. Wir alle in der Papageiensiedlung haben umfangreiche Sicherungsvorkehrungen getroffen, damit die Katzen die mir nicht nochmal zuschlagen können. Hm. Warum bezahlen Sie bloß so viel Geld für eine Katze? Man kann doch immer eine neue haben. Wissen Sie, für mich ist Schnurrl ein lebender Gefährte. Ich habe ihn als winziges, krankes Wollknäuel bekommen und ihn gesund gepflegt. Er kennt mich und hat mich gern. Ach. Na gut. Ich könnte mich nie so an ein Tier gewöhnen. Ich muss mich jetzt fertig machen. Mein verlobter Jerry kommt gleich. Dann will ich nicht mehr stören. Nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schließlich haben Sie Ihr Geld dafür bezahlt. Bunte Moccasins, Lederherzen auf den Jeans, roter Niki. Herr Arz, was begehrst du mehr? Gut, dass du kommst. Michael hat bereits gemeldet, dass Jerry den Steinbruch verlassen hat. Ich weiß. Er will seine Braut Katrin besuchen. Die Katzendiebin hat es mir verraten. Ist sie es? Mit Sicherheit. Genauso hat sie als Zimmermann beschrieben. Nur ist sie sicher zwei Jahre älter, als er dachte. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Claudia ist zurück. Erfolgsmeldung. Katzendiebin. Sie erwartet ihren Kumpan Jerry. Fuchs 2 an Fuchs 1. Am besten ihr wartet, bis Jerry bei euch auftaucht, Roger. Fuchs 1 an Fuchs 2. Dann kommen wir hinaus und helfen euch, Roger. In Ordnung, Bummel. Roger an Serio. Tatsächlich dauert es auch nicht lange, bis Jerry, der mit dem bunten Buschhemd und dem kleinen Schnauzbart, vor dem langen Lulatsch erscheint und mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock hinauffährt. Eigentlich sollten Bummel und Claudia warten und beobachten, ob Jerry nicht plötzlich wieder auftaucht und die Aktion Pferdeschwanz, wie sie von Michael getauft worden ist, womöglich empfindlich stört. Sie wissen aber auch, dass sie im Steinbruch nötig gebraucht werden, denn nur Claudia kann mit dem scharfen schwarzen Hund Harro umgehen. Also sehen sie zu, dass sie auf dem kürzesten Weg am Steinbruch eintreffen. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Ausgangspunkt am Steinbruch erreicht. Unter dem Pferdeschwanz kann weitergehen. Fuchs 2 an Fuchs 1. Langsam zum oberen Zaun vorrücken und Opa Stein gerufen. Dann geht Claudia durch den Zaun und verwickelt Opa Steinke in ein Gespräch. Da behält sie auch den Hund in Schach. Wegen dieser Zeit sehen wir uns die Baracke an. Bummel, du bleibst nah bei Claudia und unterrichtest uns darüber, was ich tut. Roger. Fuchs 1 an Fuchs 2. Ich werde wie ein Tschüßhund aufpassen und jede Veränderung melden. Roger. Dann wünschen wir uns allen viel Glück. Das können wir brauchen. Roger und Cheerio. Es geht los, Delfin. Wir gehen zum Zaun und dann versuchst du, Opa Steinke zu überlisten. Das werde ich tun. Aber es tut mir leid, den alten Mann so zu täuschen. Mir kommen gleich die Tränen. Ach du. Claudia muss lange rufen, ehe der alte Wächter sie hört. Schließlich kommt er aber doch mit seinem Hund herbei und freut sich, dass er in seiner Abgeschiedenheit Besuch von dem netten jungen Mädchen mit dem langen goldfarbenen Pferdeschwanz bekommt. Auch Harro ist glücklich über seine neue Freundin, die wieder viele große Kandisbrocken für ihn mitgebracht hat. Bald sitzen Opa Steinke und Claudia einträchtig auf einem großen Felsbrocken. Ist doch verdammt einsam hier. Aber Jerry und die Tiere sind doch bei Ihnen. Ah, der Junge ist in Ordnung. Aber er schläft nur hier. Die meiste Zeit ist er unterwegs. Er versucht immer wieder herrnlose Tiere vor Bösen zu bewahren. Er holt sie her und bringt sie später dorthin, wo sie von den Dieben nicht geschnappt werden können. Das ist aber ein netter Zug von Jerry. Hey, früher war hier viel los. Als noch im Steinbruch gearbeitet wurde, war ich hier Sprengmeister. Vor 51 Jahren... Funkfuchs 1 und alle Füchse. Claudia hat den Alten bereits eingewickelt. Harro apportiert Stöckchen. Die beiden sitzen an der schmalen Seite der Baracke. Können den Eingang nicht sehen. Fuchs 2 und Fuchs 1. Wir gehen jetzt rein. Aufpassen. Alles melden, was sonst noch passiert. Roger. Geht klar. Ich werde alles berichten. Von dem hohen, ausgeblühten Ginstergut abgedeckt, arbeiten sich Michael und Bohnen an die Baracke heran und finden bald ein offenstehendes Fenster neben dem Eingang. Sie sehen eine Tür, durch die sie in einen Nebenraum schleichen. Puh, das ist ja nicht auszuhalten. Wie das stinkt. Mann, zieht ihr das an? 4, 6, 8, 11 Kiefige voller Katzen. Schau dir diese Tiere an. In wenigen Tagen sind sie verschwunden und erleben eine Hölle in den Versuchslaboratorien. Wir werden sie jetzt freilassen und dann warten, bis Jerry zurückkommt. Den möchte ich gern richtig fertig machen. Das werden wir nicht tun. Wir werden vielmehr von hier aus den Kerl finden, der alle diese Katzen aufkauft und wegschafft. Dann erst werden wir die Polizei verständigen und zur Zeitung gehen, damit dieser ganze Schwindel auftun. Ja, ja, du hast recht. Was nutzt es, wenn wir diesen einen Fänger schnappen und der große Mann dahinter bleibt unbekannt? Los, komm raus jetzt. Du sieh mal den Kleinlaster hier. Der stinkt auch entsetzlich nach Katze. Der hat schon viele Tiere transportiert. Fuchs 2 und Fuchs 1, 10 bis 2. Der alte Rant langsam den Weg hinunter zur Baracke. Haro geht mit ihm. Er hat noch etwa 3 Minuten. Kleid hat ihn ausgehorcht. Heute Nacht wird ein Transportkatzen im Lasterverladen zum Hafen geschaffen. Die Lagen gehen über den Kanal und von dort in Richtung Süden. Wenn einer von euch einen versteckt sieht, in dem er bleiben kann... Ach, du vergisst Haro. Der wird sowieso wild werden, wenn er unsere Witterung aufnimmt. Ach, sein sind alle Fluchse. Ich schnauze ihn zurück zur Basis. Roger, cheerio. Heute Abend werden wir wohl Wache schieben müssen am Hafen. Opa Steinke erzählte mir, dass der Schlepper Helene heute Abend die Tiere aufnehmen und dann nach Süden abschippern soll. Vater ist zu einer Tagung unterwegs. Mit Mutti werden wir schon fertig. Und der meinige ist heute spät unterwegs. Es sind einige Tankstellen zu inspizieren. Tatsächlich bringen es die Funkfüchse fertig, um 21 Uhr am Hafen zu sein. Nachdem sie den Liegeplatz der Helene ausfindig gemacht haben, suchen sie sich ein sicheres Versteck und warten ab, was passieren wird. Wenn sie nicht bald kommen, sehe ich Black. Du bist einfach zu ungeduldig. Stell mal, ich höre was. Was denn? Warte, dich, schau nach. Da hinten ein Auto. Eike, wenn du dein Fernglas nimmst und hier in die Richtung schaust... Wo? Da, guck. Ja, richtig. Ja. Da steigt eine aus. Das ist Jerry. Ich sehe sein Wärtchen. Ja. Auf dem Schlepper geht das Licht an. Da guckt eine aus der Luke. Raus mit euch und angepackt. Da kommen ja Opa Stank und Katrin heraus. Sie wissen, warum sie dicke Gartenhandschuhe tragen. Tja, das sieht so aus, als hätten sie schon dutzend Male Katzen und Käfigen verladen. Sicher. Pst. Aus dem Schlepper holen sie jetzt Kisten. Die scheinen leer zu sein. Meinst du? Ob Katrin und Jerry lange im Kahn bleiben? Der Steinke muss anscheinend Wache schieben. Was machen wir nun? Polizei. In drei Stunden legt der Schlepper ab. Hier können wir die Bande auf frischer Tater tappen. Wir sollten sie belauschen. Ich habe die Stenorette dabei. Wenn wir sie auf Band aufgenommen haben, sind sie mit Sicherheit dran. Opa Steinke wird uns entdecken. Nee, nimm mal das Glas, Delfin. Mir scheint, der schläft. Wir wollen es versuchen. Auf jeden Fall müssen wir gut in Deckung bleiben. Ich finde, wir sollten jetzt die Polizei verständigen. Bömmel, geh du bis zur Hauptverwaltung vor. Dort wartest du an der Telefonzelle, bis wir dir Bescheid geben. Dann kannst du anrufen. In Ordnung, ich verschwinde. Aber lasst mir nicht so lange warten. Höchstens eine halbe Stunde. Wenn du bis dahin nichts von uns gehört hast, verständigst du auf alle Fälle die Polizei. Denk dran, dass du ihnen sagst, wo das Versteck der Bande ist. Dann habe ich für dich eine Meise. Bis dann, Füchse. Ich schleiche mich jetzt mit der Stenorette an Bord und versuche etwas aufzunehmen. Vielleicht habe ich ja Glück. Jetzt haben sie ihn bestimmt gehört. Was soll ich? Michael hat abgewinkt. Ich soll hierbleiben. Bohnen, was meinst du? Wie wäre es, wenn wir alle Katzen freiließen? Das wäre der Kniller. Nein, Käfig müssten wir besitzt lassen, damit die Polizei sieht, dass wir die Wahrheit gemeldet haben. Das kann man auch sehr schön wissen. Also zurück. Wir müssen an der Hinterseite auf den Kahn. Dort haben sie die Katzenkästen abgeladen. Hinterseite? Ach, dann heißt das. Ei, ei, Käfig. Eine schmale Eisenleiter führt in den Bauch des Kahns. Um den Katzen das herausklettern zu ermöglichen, wuchten Bohnen und Claudia ein Brett in die richtige Lage. Schnell tragen sie den ersten Käfig an das Bretter ran und öffnen die Tür. Die eingesperrte Katze schaut einen Moment, dann macht sie einen langen Satz und spaziert mit erhobenem Schwanz davon. Schon sind neun Katzen in Freiheit. Die zehnte jedoch, die nimmt die falsche Richtung und verschwindet wieder im Bauch des Schleppers. Hierher, Pussi, komm. Na komm, komm hierher. Claudia hat eine Kiste mit klirrendem Inhalt umgestoßen. Nun ist der Teufel los. Opa Steinke ist aufgewacht und verlässt, so schneller kann das Auto und humpelt zum Schiff. Ach, da sitzt sie. Die Diebe. Na, euch werde ich das anbesslich. Griecht nie herum. Ah, meine Katze. Noch eine. Wehe. Nein. Ah, da unten im Schlepper ist wer. Euch will ich helfen. Wo ist die Kurbel? So. So. Jetzt ist alles dicht. Keine Maus, keine Katz und kein Dieb kann das Schiff jetzt verlassen. Jerry muss schnell Bescheid bekommen, dass gleich die Polizei gerufen werden muss. Hier unten müssen Jerry und Hein doch sein. Hey. Jerry. Hey. Wer ist das denn? Hilfe. Ich fahre. Ah, ich fahre. Aua. Ach. Wen habt ihr denn da? Wie kommst du denn hierher? Ich sah den Wagen oben stehen und das Standlicht brannte noch. Ja, da wollte ich Ihnen Bescheid sagen, sonst geht vielleicht die Batterie leer. Du darfst ihm kein Wort glauben, Jerry. Er gehört zu den Katzendeben. Zwei habe ich auch dann eingesperrt. Sie haben schon ein paar Katzen freigelassen. Was? Wer? Was wolltet ihr wirklich hier? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir werden euch nichts tun. Sie wollten sich stehlen. Ich hab's verhindert. Gut gemacht, Alter. Und nun zu dir. Wir werden euch auseinandernehmen, wenn ihr nicht sofort sagt, was hier gespielt wird. Gespielt? Gespielt wird hier gleich überhaupt nichts mehr. Denn in fünf Minuten ist die Polizei hier. Einer unserer Freunde ruft in diesen Minuten von der Hauptverwaltung auf die Polizei an. Lügner. Dreckiger, elender Lügner. Ich spreche die Wahrheit, aber ihr seid dreckige Katzendiebe. Die fremden Leuten, die Katzen stehlen und sie dann an die Versuchsanstalten verscherbeln, wo sie elendig zugrunde gehen. Das ist nicht wahr. Ihr seid es, die die Katze stehlen. Wir retten sie nur. Umgekehrt ist es richtig, Opa Steinke. Das könnte Ihnen auch Claudia erzählen, der an Sie am Kater die Bande hier gestohlen hat. Hier, hören Sie mal mein Band an. Eben aufgenommen. Michael holt sein Diktiergerät aus der Tasche. Er hat vorhin das Gespräch zwischen Jerry und Katrin aufgenommen. Und nun hört Opa Steinke, wie sich die beiden jungen Menschen, denen er vertraut hatte, über den Preis der Katzen unterhalten und sich kaltschnäuzig über den Einwand des Schiffers hinwegsetzen. So dumm wie ich aussehe, bin ich ja nun nicht. Ich glaub dir, mein Junge. Und mir wird auch einiges klar, was mir manchmal komisch vorkam. Dann waren die beiden im Laderraum des Schiffes in Wahrheit keine Katzendiebe, sondern... Es sind Claudia und Dieter Becker, die die Katzen befreien wollten. Claudias Siam-Kater-Schnurrel hat die Bande auch geklaut und am nächsten Morgen gegen 300 Mark Finderlohn zurückgebracht. Meine Stiloreste! So mein Lieber, jetzt hast du so ein Spionierding gehabt und du, mein Alter, bleibst hier. Oh, hier ist mir die Luft zu dick wie Daimel. Lust, Jerry, wir müssen alles aus dem Standbuch holen, was uns verraten könnte. Mist, die sind mit ihrem Wagen auf Nebenwegen entwischt. Entschuldige, Michael, dass wir dich nicht gewarnt haben. Aber wir hatten plötzlich die Idee, die Katzen zu befreien. Und dann konnten wir nicht mehr zurück, denn die Luke war zu und... Das war dein Opa Steinke. Und jetzt hat er euch wieder herausgelassen. Sie müssen entschuldigen, dass wir sie an der Nase herumgeführt haben. Lasst mal. Ich hab's schon verstanden. An der Nase herumgeführt worden bin ich hauptsächlich von den beiden, die jetzt versuchen werden, ihre Spuren im Steinbruch zu verwischen. Ein Rindvieh schweig. Das wird jedem passiert. Hier bin ich auch. Habt ihr sie? Was ist das für eine Katze da? Na, das fragen Claudia und Bohne. Die beiden Hauptbeteiligten sind in Richtung Steinbruch verschwunden. Sie wollen halt ihre Spuren verwischen. Roter Kastenwagen, Kennzeichen JK 911. Der Streifenwagenführer benachrichtigt seine Kollegen und schickt sie direkt zum Steinbruch. Die letzten Katzen werden entladen und während die Protokolle mit Opa Steinke und dem Schiffseigner aufgenommen werden, radeln die Funkwüchse ziemlich erschöpft zurück in die Stadt. Sie können es sich aber doch nicht verkneifen, eine kleine Stippvisite am Steinbruch zu machen. Noch ist alles ruhig. Verstecken wir uns hier. Wo sind die beiden wohl? Da, da unten laufen sie. Die wollen sich mit Harro absetzen. Dort hinten ist ein Weg, auf dem man gut aus dem Steinbruchkessel heraufkommen kann. Die schnappen wir uns. Böbel und Claudia, kümmert euch und Katrin. Wir erledigen Jerry. Es ist nicht besonders schwer, Katrin den Weg abzuschneiden. Die lässt sich ruhig von den beiden einrahmen und scheint ganz zufrieden zu sein, dass der Spuk ein Ende hat. Harro vergisst vor lauter Freude über Claudia, sich an Bömmel zu stören und ihn anzukläffen. Bohnen und Michael verfolgen inzwischen Jerry. Jerry hat sich wiederholt nach den beiden Funkfüchsen umgesehen. Dabei hat er in der Dunkelheit nicht bemerkt, wie nahe er dem steilen Abhang des Steinbruchs gekommen ist. Plötzlich ist er verschwunden. Ist er... Nein, ich habe keinen Aufprall gehört. Er muss irgendwo hängen geblieben sein. Vorsicht beim Nachsehen. Wir müssen Schritt für Schritt auf den Stallhahn zubewegen. Auf den Bauch? Ja. Festhalten. Festhalten. Mensch, der hängt an einem Strauch. Lange hält er es nicht aus. Verdammt, aber wie können wir ihn erreichen? Das sind mindestens drei Meter bis zu ihm. Hilfe! Funkfüchse, schnell, hierher. Auweih, was und nun? Da drüben liegt Stangenholz. Katrin, hilf mit. Ich hole die Polizisten zur Hilfe. Hilfe ist unterwegs. Wir holen dich herauf. Ja, nur noch ganz kurze Zeit. Her mit den Stangen. Ja. Ja, so geht es. Lachen liegen, Jungs. Und dann langsam runter mit den Stangen. Nicht zu schnell. Und nicht zu weit nach unten. Sonst verlieren wir die Gewalt über das Holz. Ja, noch ein Stück. Er hat ihn. Langsam anziehen. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Danke. Dann gehe ich. Sei erst mal still. Katrin und Jerry steigen in den Streifenwagen und die Funkfüchse klettern auf ihre Räder. Sie sind sehr zufrieden mit sich und sehen auch dem unvermeidlichen häuslichen Donnerwetter mit einiger Ruhe entgegen. Meine Damen und Herren, es folgt eine verfrühte Literaturstunde. Oh, je. Vor dem Frühstück soll das besonders gesund sein. Was? Große Häuptlingbeleben zu scherzen. Ich beginne. Überschrift. Katzendiebe haben keine Chance. Oh, Mann. Von unserer Lokalredakteurin Renate Bese. Wieder einmal ist es Kindern aus unserer Gemeinde gelungen, einem bitterbösen Treiben ein Ende zu bereiten. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit mit dem Hobby-CB-Funk beschäftigen, einer Bande von Katzendieben das Handwerk gelegt. Die vier Funkfüchse, wie sie sich nennen, konnten der Polizei genügend Beweise dafür liefern, dass laufend Katzen gestohlen und zu Versuchszwecken an auswärtige Laboratorien verkauft wurden. Stimmt. Der Hauptorganisator dieses schändlichen Tuns, Jerry M., gab sein Leugnen auf, nachdem er mit seinen Aussagen konfrontiert worden war. Das Band mit den verräterischen Äußerungen konnte unbeschädigt aus einem von Jerry M. zerstörten Aufnahmegerät geholt werden. So, und nun ab in die Schule. Ihr müsst den Bus nehmen. Ich arbeite heute hier. Und hängst an die Tür deines Zimmers das berühmte Schild mit Störungen nur in Notfällen, Brand, Diebstahl des Autos, Erdbeben und Eintreffen des Geldbriefträgers. Richtig. Geh mal bitte, Claudia. Ja. Claudia Becker hier, guten Morgen. Kommissar Derek hier. Ich suche für meinen nächsten Krimi eine jugendliche Hauptdarstellerin, die mit Katzen vertraut ist und die... Und die mit einem Scheuerbesen umgehen kann, um dir damit das Fels zu geben, Michael Dummer genannt, Michael. Du hast mich erkannt? Klar. Ich fühle mich für sehr witzig. Na ja. Meine Mutter fragt, ob sie für das morgige Sonntagsfest bei Beckers, das anlässlich der Wiedergeburt von Schnurre, des Einfangs der Katzendiebe, der neuen Berühmtheit der Funkfüchse durch die Zeitung, des Guten Wetters, der Freundschaft mit Opa Steinke und anlässlich der besonders freundschaftlichen Gefühle, die Michael Dummer für Claudia Becker hegt, also ob sie einen schönen großen Obstsalat stiften darf. Kuchenbackstücher sicher selber wichtig kenne. Sag deiner Mutter vielen Dank. Und meine Eltern würden sich freuen, wenn deine Eltern und Bömmels Vater auch kommen würden. Toll, ich werde es ausrichten. Bis gleich dann. Tschüss. Ich freue mich sehr, Sie und Euch hier so gesund und fröhlich zu sehen. Hoffentlich wird es ein schöner Nachmittag und Abend. Wir Eltern sind froh, dass unsere unternehmungslustigen Funkfüchse ein weiteres Mal heil in die Elternhäuser zurückgekehrt sind. Schnurrel ist auch schon wieder in Ordnung. Vorhin hat er zusammen mit Zimmermannsmurle alle Federbälle gefangen und verschleppt. Es möge uns gut schmecken. Selbst Bömmel wird zufrieden sein. So ist es diesmal nicht notwendig, dass die Funkfüchse ihre abgeschlossene Aktion bei Luigi in der Heißdiele mit Feigeneis und grünem Pfeffer feiern. Hört mal, Bono und ich waren heute Morgen im Steinbruch. Katrin und Jerry haben auf der Polizei ausgesagt, dass Opa Steinke absolut nichts wusste von den Katzen, die bestellen. So wird man ihn in Ruhe lassen. Das freut mich sehr. Und die schöne große Angora-Katze. Erinnerst du dich, Michael? Die bleibt bei ihm. Die Besitzer hatten sich schon eine neue Katze besorgt und die alte ihm geschenkt. Harre und die weiße Katze lagen zusammen in einem Korb. Ich gehe schon. Frau Rüttel, kommen Sie herein. Nein, nein, nein. Ich will nicht stören. Ich wollte Ihnen nur etwas geben. Sie? Ja. Und ich muss mich entschuldigen. Ich wusste ja nicht. Und ja, auch für Katrin möchte ich mich entschuldigen. Und das hier, das wollte ich Ihnen geben. Bitte sehr. Danke. Um Himmels Willen, was soll denn das? Ja, dachten Sie denn, ich könnte das Geld behalten, was Sie mir für die Wiederbringung Ihres Katers gegeben haben? Und auch Katrin darf es nicht behalten. Ich danke Ihnen, Frau Rüttel. Ich bin sehr froh, nicht nur wegen der 300 Mark. Ich danke Ihnen. Sie sind ein gutes Kind. Gott segne Sie. Danke. Stellt euch vor, das war Katrin Rüttels Großmutter. Sie hat mir den ganzen Finderlohn wiedergebracht. Sie wusste bestimmt nichts von den Katzen-Dienen. Nun kann ich mir vielleicht doch zum Geburtstag das Mofa schenken. Ein Hoch den vier Funkfüchsen. Feurige Fanfaren feiern fast fortwährend fleißige und fanatische Funkfüchse. Feurige Fanfaren feiern fast fortwährend fleißige und fanatische Funkfüchse.